Zunächst mal nochmal Hallo an alle, die hier sind, in der Stadt Brühl zum Schoppen oder was da auch immer. Und sich zur Zeit hier verbunden. Wir sind hier versammelt zum Sporting-Fest, Tanz und Wiesan. Ich glaube, mit der Musikschule haben wir gehabt schon einige Veranstaltungen hier heute im Wachstum veranstaltet. Und als nächstes ist heute noch ein Tanz von Daniel Dins, Liberator und Trillen Rüttrich, heute hier auf der Bühne. Das wird ein familischer Tanz werden und hoffe mal, die Leute, die hier neu gesucht bekommen haben, kriegen auch einen kleinen Einblick in die familische Kultur und in den familischen Fassenspalt und in die Lieder. Und vielleicht ist das was Neues für Sie oder die Kletterstunde. Ja, bin ich so ganz klar.